Du bist die beste Schauspielerin der Welt. Sie können leider nicht alle annehmen. Sie können sich selbstverständlich wiederbewerben. Schauen Sie mal, ich weiß nicht, ob Sie das interessiert, aber ich habe neulich eine Aufführung in dieser kleinen privaten Schule in Britz gesehen. Nicht schlecht. Matthias Godula, der Mann, der diese Schule gegründet hat. Er hat gesagt, der Tanz des Schauspielers auf der Messe klingt. Das Ungewisse, dahin führt der Weg. Glauben Sie, sie können ihn gehen. Ich kann nicht drüber sprechen. Worüber? Die Methode. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF für funk, 2017